Meine Gedanken. Wo liegt gerade jetzt dein Fokus? Beobachte deine Gedanken. Du bist ungefähr 16 Stunden am Tag wach und wenn du ein bestimmtes Ergebnis in deinem Alltag erzielen möchtest, weniger Stress haben willst, abnehmen möchtest, dich gesünder ernähren möchtest, irgendetwas in deinem Leben erreichen möchtest, beobachte wo deine Gedanken den ganzen Tag sind. Wo liegt dein Fokus jetzt gerade? Warte, frage ich dich das alle, jede Stunde, einmal, also einmal in der Stunde, jede Stunde, in denen du wach bist, jede Stunde frage dich, wo sind gerade meine Gedanken? Wo liegt gerade mein Fokus? Wo möchte ich überhaupt hin mit meinen Gedanken? Was will ich erreichen? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich das Ergebnis erreicht habe? Was will ich mit diesem Video dir beibringen, dir näher bringen, dir zeigen? Dass deine Gedanken dein Leben formen und wenn du deine Gedanken beobachtest und sie gezielt in eine Richtung lenkst, kannst du deine Wünsche, deine Träume schneller erreichen. Je nachdem, was es ist, es können auch Kleinigkeiten sein. Deine Gedanken, beobachte sie, nimm dir die Zeit dafür, dass du dich daran erinnerst, jede Stunde, wo liegt jetzt gerade mein Fokus und wo möchte ich denn überhaupt hin? Wie will ich mich fühlen, wenn ich mein Ergebnis erreicht habe, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Dass du dich jede Stunde daran erinnerst. Und du wirst sehen, es verändert dein Leben, es hat mein Leben verändert, weil ich mich erwischt habe, dass ich dann doch, obwohl ich hier Videos dazu mache, immer wieder in negative Gedanken reinrutsche. Wir haben am Tag über 60.000 Gedanken und viele davon natürlich unbewusst. Du kannst die alle gar nicht bewusst wahrnehmen. Und wenn ich mich aber jede Stunde daran erinnere, wo sind gerade meine Gedanken, erwische ich mich, dass ich tatsächlich in irgendwelchen Problemen festgelegt bin, in irgendwelchen ungelösten Aufgaben, in Wut, weil irgendetwas wieder nicht klappt. Ja, und wo ist dann mein Fokus? Auf einer negativen Sache, die meine Energie runterzieht. Deshalb meine Gedanken. Beobachte deine Gedanken. Wo ist dein Fokus und wo möchtest du deinen Fokus hinziehen? Das war's zu diesem Video. Alles Liebe. Und schreib mir gerne unten in die Kommentare, wo deine Gedanken ständig sind. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und schreibe aber auch gerne unten rein, damit du es auch umsetzt im Alltag. Wo möchtest du deine Gedanken gerne hinhaben? Ja, wo willst du, in welcher Richtung möchtest du sein? Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.